So meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platinum Edition Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir den 8. Arenaleiter folgenden besiegt, den Elektro-Arenaleiter. Und bevor ich mich jetzt auf den Weg zur Siegesstraße mache, möchte ich noch kurz das Entwicklungs-Item von Elektro-Arenaleiter holen, damit es sich halt zu der Voltec entwickeln kann. Ja, das will ich jetzt halt kurz holen und dann, falls, also wenn Elektrik dann auf Level 50 ist, werde ich das Ding entwickeln lassen, halt mit einem Cheat, weil sonst muss man das ja so machen, dass man den Stromisierer Elektrik als Item gibt und den dann, also Elektrik dann halt in eine andere Edition hintauscht. Ja, normalerweise, ne? Und das ist noch ein Pokémon, den will ich holen, den will ich holen, ja. Ja, gut, ähm, was werden wir in diesem Part machen? Wir werden, glaube ich, Route, äh, ich glaube, das ist 223. Ja, warte, das müsste Route 223 sein, ja. So, kurz mal fliegen und schauen. Route, ja, 223 ist richtig. Gut, ähm, das ist eine komplette Wasserroute, also wird TG ein bisschen trainiert. Ein bisschen viel, ne? Kann man so sagen. Und grad leckt das Spiel, wie, Steuforts, Bild, oder, ne? Jetzt hab ich sogar bei der Redewendung gefällt. Ja, nicht grad gut, Matt, ne, ne. So, ähm, TG muss trainiert werden. Also, auf PokéWiki stand, dass die Pokémon mindestens auf Level 55 sein müssen. Und ich muss sagen, da gebe ich denen recht, denn die Liga ist nicht wirklich einfach, ne? Also, ich werde definitiv vor der Liga noch ein bisschen Offscreen-Training machen. Und, ja, dann schauen wir einfach mal, ne? Hey, Lucia! Hey, was seh ich da? Du hast dir einfach alle acht Ohren aus der Sinnerregion geholt. Boah, du, das ist ja total abgefahren. Ich bin ganz neidisch. Aber du hast noch lange nicht gewonnen. Weißt du warum? Weil ich nämlich der stärkste Trainer überhaupt sein werde. Glaubst du mir nicht? Es ist aber so. Früher hab ich geträumt, eines Tages wie mein Papa zu sein. Aber jetzt stehen die Dinge anders. Jetzt hab ich darüber nachgedacht, was es heißt, Trainer zu sein. Und darüber, was Pokémon sind, da, ich will meine Stimme ein bisschen tiefer machen, weil sie ein bisschen höher sprechen, da tut meiner Stimme nicht gut. Nicht gut, genau. Gudion. Ich wollte gut sagen und gut sagen, egal. Schritt für Schritt werden wir immer zäher werden. Für den Moment werde ich dich nicht zum Kampf auffordern. Ich gestehe es aber nicht gerne ein. Du bestärkst dich. Nicht viel stärker, aber es reicht. Ungefähr ein I-Tüpfelstinn stärker als ich. Ach, noch nicht mal. Naja, was ich sagen will ist, dass ich dich in Windeseile einholen werde. Blablabla, blablabla, weg ist er. Gut, das ist Jasmin, die Stahl-Arena-Leiterin aus der Joto-Region. Womit hab ich die Ehre? Madame? Ne, Mademoiselle. Ja, Mademoiselle. Ich glaub, die hat keinen Freund. War das ein Freund von dir? Ich find es schön zu sehen, wenn Leute sich mögen. Das macht mich immer ganz glücklich. Muss es nicht schön sein, einen guten Freund zu haben? Jemand, mit dem man alles, wirklich alles teilen kann? Ja, das war von der Betonung. Egal. Jemand, an dem man sich messen kann, ohne dass man gleich streitet. Irgendwie wird mir ganz warm, wenn ich euch beide sehe. Alter, ich bin nicht gay und so. Hetero. Vielleicht findest du es ja seltsam, aber ich möchte dir gern dies geben. Zum Dank. Es ist zwar nicht viel, aber... Vm7. Vm7, was war das? Kaskade? Die sind versteckte Maschinen, ja. Sie enthält Kaskade. Verwendest du sie, kommst du in die Pokémon-Liga? Äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber viel Glück. Dankeschön, Dankeschön. Hier können wir uns Pokémon holen, ne? Hm. Das war's als Tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, möchte ich. So, Boilin, einmal Surfer einsetzen und dann, ähm... Mizugi, du gehst jetzt mal ganz kurz nach vorne. So, bevor wir jetzt gegen irgendeinen Trainer kämpfen, will ich erstmal das Pokémon hier haben. Haben wir Top-Schutz oder so? Nee. Oder? Nee, 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 scheint nicht so. So, einen Tentonster hatte ich schon. So, noch ein Versuch. So, Beute, äh, nix, Beute, Flucht. So, falls jetzt wieder ein Pokémon kommt, dass ich schon habe, äh, habe, beziehungsweise hatte, genau, muss ich es fangen. Gut, Tentonster kennen wir ja nur zu gut, ne? Wir hatten ja selber auch mal eins im Team für eine Zeit, ne? Aqua-Belle, Autsch. Das hat weh. Und mein Pokémon ist für wir, ne? Knirscher. Komm. Können wir das schon fangen? Ah, ich glaube, ich nenne es Arnie 2.0. Oh ja. Barriere. Okay, warte, wisst ihr, was wir machen, das ist jetzt anders. Ähm. Oder wir machen es nicht anders. Beute. Bälle. Äh, Nestball. Nestball, ne? Nein, nein. Wiederball, so hieß das, ne? Ah, scheiße, der habe ich nicht. Ne, Netzball, dafür habe ich den Netzball. Aha, Netzball. Was sagst du jetzt, Tentonster? Es sagt, es ist draußen. Ja, ich seh's. Beutel. Ähm. Kappa-Erholung. Übertrank. Einsetzen. Auf Mizumi. Ja, Arnie 2.0. Ja. Genauso wird das Tentoxa heißen. Oder nein. Nein, 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 nein. Ich weiß. Gut, dass ich mich jetzt gerade dran erinnert habe. Ja, ich weiß, wie es heißen wird. Tentoxa wurde gefangen. Perfekt. So, den Pokédex-Eintrag kennen wir ja schon, deswegen wird er ja nicht angezeigt. Und diese Tentoxa benennen wir nach einem Abonnenten von mir. Und zwar Sim... Hm... Wo... La... Ra... So hieß du, ne? Der mit dem Ruffy-Build da. Du bist ein Tentoxa. Congratulations. So, ähm... Das haben wir jetzt auch erledigt. Und ich würde sagen... Wir machen das jetzt so. TG-Item nehmen. Und... Der, der ist am dringendsten, braucht es bisher, Dings. Ähm... Dings da, ah, hier. Mizuki, genau. Okay. TG, du gehst nach vorne. Ich hoffe mal, dass ich den Kampf hier jetzt schaffen werde. Muss aber nicht sein, ne? Okay, TG, rein mit dir. Ähm... Schauen wir mal. Donnerblitz, Donnerschlag, Ladungsstoß, Donnerschlag. One-Hit? Oh... Ne, fuck. Kein One-Hit. Schade. Schade. Ich wollte Schade und Scheiße sagen. Schade... Kameraschein... Egal. Scheiß drauf. Egal. So, ähm... Hier, Trainer und Du. Du Planscherin, du Planscherin und so. Ich bin entschlossen, zum Pokémon-Niga zu gehen. Egal wie hart es wird. Von Fisch süß. Okay. Ähm... Ein Pokémon. Ein Lumineon. Shit. Wollte ich auch mal gerne im Netz bei haben. Vielleicht. Werde ich ja noch Perle oder Diamant Netz bei haben. Wer weiß. So, ähm... Setzen wir einmal Ladungsstoß ein. Wie viel zieht es ab? Volltreffer. Perfekt. Ist da. Oh, das ist eine perfekte Route, um TG zu trainieren. Das ist wirklich eine perfekte Route. So, dann schauen wir mal weiter. Hier ist noch eine Planscherin, eine Schwimmerin. Entschuldige, dass ich ein Bikini trage. Hat die das jetzt gerade wirklich so gesagt? Du kannst ihn auch gerne ausziehen. Nein. Ähm... Bieder... Biederfass. Bierfass. Erstmal kam hier Bierfass in den Sinn. Habe ich Biederfass gesagt. Keine Ahnung, was das jetzt... Was für ein Zusammenhang da jetzt ist. Aber, naja, egal. Ladungsstoß. Attacke. Und ich muss schon sagen, Bielifass ist so ein Pokémon, das wirklich, wirklich niemand braucht. Okay, man könnte es als VM-Sklaven benutzen. Aber, ne? Sonst, sonst hat das Ding überhaupt keinen Gebrauch. Also zumindest in meinen Augen nicht. Es ist so schwach wie sonst was. Jetzt mal ohne Witz und so, ne? Emily. Du bist besiegt. Emily Erdbeer. Das kann mir jetzt gerade so hinsehen. Sorry. So, Pelipper. Wow, auf Level 48 für... obsala ich trainiere auch in einer arena ich glaube nicht dass sein das ist ein spaziergang für dich wird ja doch glaube ich schon aber okay mal sehen was du so zu bieten das mann tipps auf level 41 mann tipps mann tipps mann tipps weg so eins haben wir jetzt kommt das zweite jetzt kommt remote hätte sein können da donna blitz und der perfekt so mizu hier level ab langsam aber sicher wenn wir gar nicht mal so verkehrt ich finde aber den sprite von montags in dieser generation nicht so geil muss zugeben ich finde nicht so so wie so die jahre ich habe 45 und pedro ist bis ich hab da erst mal pedo gelesen okay was das nächste problem p liefer ja wir machen jetzt alle alle wirklich alle fertig ich will wirklich hier ein bisschen pokémon trainieren und sondern wenn die siegesstraße wird sagen was mal so kein zuckerschlecken auf gar keinen fall so ten talks auf level 49 würde boah aber das level ist schon ziemlich hoch muss man zugeben das level ist echt ziemlich hoch gibt die boah chill mal dein leben alter tg zurück denn es rein alter drachenklaue boah geht er mal gar nicht ab heute ist bei mir auch irgendwie ne so übertrank einsetzen tg und dennis so soll jetzt nach vorne ich glaube ich mache das so grund und tg grund besitzt eine pflanzenattacke und tg ein bisschen elektroattacken und so in jedem märz zu schwimmen das ist mein traum eigentlich wollte über irgendwas reden naja egal ich habe den part schon so angefangen deswegen kann auch so zu ende gehen tiefes atmen vor dem kampf ein und aus so sechs pokémon okay das wird einfach das wird wirklich ziemlich einfach wir fangen so an donnerblitz auf winger zauberblatt auf mehrere ruckzuck ja ne hast du davon startet was willst du machen ne ja wir spielen das ganze unnötig jetzt bei dem kannst du lange zu bleiben denn na x4 und so bekommen wir auch nicht viel scheiße so was das nächste ob tiller ich habe echt schützt dass mein pokémon der umgegnet war macht mich nicht fertig so ladungsstoß auf enter ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich nicht darauf geachtet das hätte das hat tot sein können nächstes mal pass ich auf er ladungsstoß nie wieder in einem doppelkampf einsetzen nie wieder so und bevor das ding jetzt irgendwie ruckzuckig oder so einsetzt gehe ich auf nummer sich und setzt übertrank ein ja scheiße geht ja mal gar nicht klar boah boah sorry sorry bitte nicht schlagen bitte nicht schlagen boah kacke ey boah geht ja mal gar nicht ich schlimm ja schlimm das boah ne 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 hoffen wir mal vergeben und vergessen ne ja hoffen was so ladungsstoß auf das centoxa tg ja ohne scheiß tg kann ja wirklich sehr sehr gut gelevelt werden ich glaube ich trainiere meine pokémon bis auf level 51 52 bis zum nächsten fall eventuell oder soll ich einfach so durch die siegesstraße einfach so durch die siegesstraße könnte ich rein theoretisch auch aber ich habe noch ein bisschen schiss denn ja bestimmt gibt es da irgendwie ast trainer und die sind nicht so ganz ohne ne sagen wir es mal so ja gibt tp ist klar ne donnerschlag perfekt centoxa ist da so mizuji erreicht level 46 perfekt und ruben ist besiegt so haben wir eine top genesung ja ne wir machen das anders einmal hypertrank und dann halt ähm ein hyperheiler ich bringe die alle bis auf level 50 ich weiß es nicht ich weiß es nicht verdammt so warte geht es hier irgendwo hin ja ja da ist ein pokéball der gehört mir meins mein pokéball boah centoxa auf level 50 er wollte mich alle trollen oder was so donnerschlag so nicht ganz da und hydropumpe es kann wirklich in die hose gehen ne wenn ich diese so bei so hohen also bei pokémon mit so hohen level trainiert das kann echt in die hose gehen so ähm hypertrank einsetzen nein wenn ich auf dennis auf tg so warte was muss noch alles trainiert werden don girl äh verarsch mich doch nicht alter hier ist ja gar kein weg geht ja mal gar nicht klar was der typ hier mit mir anstellt ne so tg donnerschlag ich glaub ich werd den part bis zum bis zum ruten ende also bis zum ja ist das richtige deutsch ich weiß ja nicht zwei drei tage kein deutsch mehr und schon äh ne ganze grammatik für den arsch ja so warte oh man ey was ist noch so ein tentox dann auf level 35 ne das lohnt sich überhaupt nicht gegen sowas zu kämpfen lohnt sich gar nicht hä wie zum teufel soll ich jetzt da hin voll die verarsche ne ich schwöre richtige fette verarsche und wieso leckt das so man ich verstehe es auch nicht ey sobald ich den neuen pc habe dann dann ist das schock gesell aufzunehmen keine hässlichen lecks mehr äh sekelhaft so so ähm haben wir hier noch irgendein träne ne scheint nicht so wann will das pokémon wie immer noch ein pinig auf level 1 ey das lohnt sich gar nicht die dinger zu zerstören sonst überhaupt nicht so da ist ein trainer da 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 deiner pokémon dein pokémon scheint nicht müde zu werden obwohl es sich die ganze zeit auf dem rücken herumtreten umherträgt lass mich sehen wie stark es tatsächlich ist also die logik vom pokémon wir sind ja eigentlich auch boi lieben drauf ne aber wenn jetzt boi lieben kämpft auf was genau stehen wir ist mal wünschen gute frage auf was genau stehen wir wenn das pokémon das surfer einsetzt grad kämpft schon ein bisschen creepy ne bisschen ganz ganz bisschen so warte mal ich wollte ganz kurz die werte von tg angucken spezialangriff alles klar also entweder donnerblitz und ladung schoss donnerblitz ist die stärkste attack okay donnerblitz einsetzen denn ich glaube gold king hat eine ziemlich hohe verteidigung aber naja soviel dazu ziemlich hoch soviel dazu so renate renate richtig eingedeutscht hier pokémon kommt aus ja ja pokémon kommt aus japan renate ja okay vielleicht haben die das so gemacht dass die es dann übersetzt haben also den japanischen also früher waren ja bestimmt japanischen namen die wurden dann halt zu deutsch so ganz kurz telefon klingelt immer wenn ich gerade in dem part drin bin wollen meine eltern irgendetwas von mir ja diesmal muss stehen was hinbringen zum garten ganz toll ganz toll erstmal nämlich den part zu ende auf ein bisschen ja bis zum ende der route sowohl in den auf level 43 donnerblitz let's go one hit one hit perfekt perfekt so ans nächstes ten talks ja okay können wir auch drin lassen die donnerblitz let's go so ein bisschen trinken denn meine stimme irgendwie keine ahnung seit gestern und ab und so ne ähm da ist meine stimme ein bisschen so so die nickt manchmal so ein knickt manchmal so ein nicht nickt knickt manchmal so einfach komisch so ähm da ich jetzt keine zeit habe für wilden wilde pokémon gescheiter witz mich trollen hier dennis rein zeigt sind herrn tochs haben aber was sache ist er geht ja mal gar nicht so tagon ja so hieß er hat also heute oder so kommentar geschrieben von wegen dass der bronzer beziehungsweise bronzong ein stahl pokémon sei und das ding sehr effektiv dagegen ist also silva ja das problem ist aber nur silva hat zwar eine wirklich sehr sehr hohe initiative und so weiter aber ich kann es halt nicht riskieren denn wie du weißt ist bronzong beziehungsweise bronzel ein psycho pokémon ein psycho stahl pokémon und deswegen ja ne kampf pan pyro ist ja kampffeuer ne also kampf kann sehr effektiv sein kann sogar ein one hit sein denn ne weißt was ich meine deswegen ja bin ich ein bisschen am verzweifeln was das angeht das problem ist ja auch dass das hässliche ding schwebe besitzen deswegen kann ich auch mit dennis da nichts anrichten so beschwert das mit mizugi oder so irgendwie versuchen ich hoffe mal aber dass er nicht drauf geht ja hoffen ist gut ne hoffen ist sehr gut so ähm was wollte ich jetzt hier holen genau topschutz brauche ich jetzt so der part ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen lahm kann man das so sagen ja auch jedoch kann man so sagen denn nachdem habe ich noch ein paar aufgenommen also von einem anderen projekt jetzt ne ist es schon um ja ja ich glaube schon das oben ist mutter ja ja ist schon um hey turning und so und ja da muss man ziemlich ziemlich so viel reden und so weiter und das ist auch so ein kleines problem da bei dem game also würde es mal offline spielen ist klar würde man bestimmt nicht alles vorlesen logisch aber so naja ne so go and girl einmal zauber und ja one hit klar ganz klar one hit bohnenwasser vier wasschwäsche gegenüber pflanzen attacken so als nächstes maschok ne können wir go and girl direkt drin lassen kein ding kein ding psychokinesen in your face maschok in your face so reto reto diese namen ne aber nur weltklasse diese namen so hyperball gefunden in dem poko ball waren hyperball also jetzt habe ich den locker zehnmal gebracht jetzt brauchst du nicht mitzubringen aber ich finde es immer wieder erstaunlich ne wie kommt man auf die idee items als poko poko bälle zu tarnen sozusagen ne und dann in diesem poko bällen ist doch mal ein poko ball drin beziehungsweise ein hyperball superball schießt mich totball ne auf die idee muss man ja erstmal kommen wie sind die entwickler drauf gekommen ne keinen schimmer ich habe keinen schimmer ich könnte im nächsten fall ein bisschen wieder über animes labern und über welche animes ich so angucken und so zur zeit ich glaube das mache ich sogar da meinen liebligen soundtracks von den jeweiligen animes ja so mache ich das nächste baut anime time wieso habe ich so hoch gerät wieso rede ich gerade immer noch so hoch doch ein bisschen gefällt okay poko ball seht ihr seht ihr genau das meine ich was sucht ein tauchball in der sinurik höh ist mir ganz egal wenn es jetzt ein bisschen laut das muss ich mir jetzt erstmal ankommen und ein ball mit dem sich poko und die auf dem meeresgrund leben besser fangen lassen so wir haben alle vms krax kaskade zertrümmerer auflockern stärke surfer fliegen zeichnet er ist auch irgendwas falsch tauchball bringt es doch nur bei der sinur bei der höhenregion ja weil es nur da ich glaube nur da gab es tauchen ich bin mir gerade nicht mehr sicher ich bin mir nicht hundertprozentig sicher deswegen will ich jetzt auch nichts falsches falsches sagen aber was zum teufel sucht ein tauchball hier in der sinur region irgendwas ich weiß nicht vielleicht haben die entwickler ja was getrunken als sie das hier gemacht haben wer weiß aber platin ist ein geiles spiel ne wollte ich nur was auch sagen platin ist echt eines meiner lieblings pokémon spiele vor allem halt wegen duratina so wenn das pokémon haben wir kein topschutz mehr so ja topschutz wirkt ja nicht sobald ein pokémon was ein höheres level hat kommt er ist scheiße so ladungsstoß und ja perfekt so fast level ab aber nur fast und pokémon sonderbonbon ja die können wir auch benutzen wieso nicht ne ich glaube die benutze ich auch irgendwann mal vor der liga oder so ich hab grad die idee die sonderbonbons halt anstelle von belebern zu verwenden aber ein bisschen nachsorge challenge und so scheiße scheiße einfach also zumindest habe ich das so früher gemacht das war als in der liga drin war hatte ich vor ich gar in welcher edition war das noch mal das mal nachdenken ich glaube es war hat auf jeden fall mein stärkstes pokémon ist darum gegangen und ich hatte keine beleber mehr so was fällt mir ein nimmst sonderbonbon level ab und dann wird ja automatisch auch die kp für ein ja 345 kp keine ahnung wie viel wieder hergestellt ne what the fuck heute wartet mal ganz kurz bitte wieso immer wenn ich irgendwie anfangen zu reden wieso so engolf du bist engolf also ja 345 kp hängt halt ganz davon ab wie man das pokémon trainierten ist klar ev und so aber der einfall ist echt gut falls ihr irgendwie in der liga seit keine beleber mehr habt und euer stärkstes pokémon down ist da habt ist dann gibt dem pokémon einfach mit sonderbonbon und dann hyper trank und dann hat sich die sache geklärt ja und dann er bleibt ans einziges nur noch die dings zu meistern aber zu machen scheiße die pokaliger zu meistern genau scheiße was euch dem verlernen der kaskade wasserwiese meine schmerz kassade will ich dem noch erlernen menschen scan so ein riesiger wasserfall möchtest du kaskade einsetzen ja ich will okay wir sind jetzt vor der siegesstraße und bis zum nächsten part werde ich meine pokémon ein bisschen trainieren hoffe ich mal oder ich verpeilt und nehme einfach so auf wer weiß kann ja auch passieren und über was habe ich in diesem part eigentlich geredet keine ahnung ja doch ja über unnötiges er also eher so mainstream nicht über ein spezielles thema ich kann trotzdem eine frage stellen was euer lieblings nintendo charakter ist mir gerade eingefallen weil die eine mario figur von meinem bruder starrt mich so an die muss ich mal kurz weg tun so jetzt guckst du mich nicht mehr an mario so mein lieblings nintendo charakter ist link definitiv ja link ja auch pikachu so jetzt seid ihr gefragt was beziehungsweise wer ist euer lieblings charakter von nintendo vom hause nintendo genau schreibt in die kommentare wir sehen uns das nächste mal wieder gleiche welle gleiche stelle euer matt ciao Wald ab ja